Wie tief kann ich fallen, wenn alles erfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu fänden? Wie tiefer als in Gottes Hand, viel länger als in seiner Nähe? Wie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe? Wie frei kann ich werden, man hält sich für frei und hört doch nicht auf sich zu binden. Wie klar kann ich sehen, wer hilft mir dabei, das Ziel meines Lebens zu finden? Wie freier als in Gottes Hand, nie klarer als in seiner Nähe? Wie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe? Wie weit kann ich denken, wie komme ich dahin, nicht nur für mich selber zu leben? Wie gut kann ich helfen, wenn andere sich rühn, den Berg ihrer Sorgen zu heben? Wie weiter als in Gottes Hand, nie klarer als in seiner Nähe? Wie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe? Wie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe?